Mit dem heutigen Tag können wir die vier möglichen Titel für unser Team und für Junda einfahren und das wäre eine Sensation. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Also ein ganz wichtiger Faktor ist das Team. Du kannst heute von der Führungsseite Vorgaben machen, aber du brauchst die Mannschaft, die mit dir geht und hinter dir steht und das gemeinsam mit dir umsetzt. Fahrer und Ingenieur ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema im Zusammenspiel. Ich muss wissen, was der Luca als Fahrer am Auto braucht. Er muss wissen, was brauche ich, damit ich das Auto analysieren kann. Und die Mechaniker müssen das Ganze umsetzen. Ohne die Mechaniker geht gar nichts. Das Team hat so einen großen Anteil. Ohne die Jungs, Mechaniker, Ingenieure, Teammanager, Physios, Hyundai wäre es nicht möglich, jetzt hier zu stehen, so eine riesen Cap zu haben und am Wochenende vorher schon versuchen, den Titel einzuholen. Von daher, ich habe den Jungs so viel zu verdanken, bin so dankbar für diese massive Unterstützung und versuche jetzt einfach ein bisschen was zurückzugeben, um das Ding heute nach Hause zu bringen. Und Luca Einster sichert sich am Wochenheim mit dem Vorgang die Meisterschaft in der Aller Ich bin super happy, so erfolgreich mit Hyundai zu sein und dass wir das so auf den Punkt gebracht haben. Jetzt ein Rennen vor Schluss, schon alle Titel einfahren konnten. Einfach mega stolz. Motorsport ist mein Leben. Ich brauche die Herausforderung, ich möchte was lernen jeden Tag. Ich möchte raus, ich möchte mit Leuten zu tun haben und da ist das irgendwie der perfekte Job für mich.